Hallo, guten Tag und Dobberdan hier auf meinem Kanal. Ich bin Jan Jugo und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Map Anakin verlässt nach 14 Tagen die permanente Map-Rotation und zum Abschluss vom 2-Wochen-Anakin-Grind gibt es heute nochmal eine Runde auf Anakin, der Map, wo Sniper-Spieler zu Hause sind. Und das ist auch nicht schlimm, aber es ist und heute gibt es eine Runde zu sehen, wo es tatsächlich sehr, sehr krass auffällt. Es ist tatsächlich so, dass es von allen Seiten blitzt, als wäre man in der Disco. Also ihr wisst, immer dieses Funkeln, wenn jemand auf euch zielt. Heute wirklich ein Gameplay, das ist nicht wirklich eine gute Runde, aber auch solche Runden gibt es immer wieder mal und solche Runden spiele ich auch immer wieder mal. Ich lade natürlich nicht immer so eine Runde hoch, aber auch heute möchte ich mal euch so eine Runde zeigen und deswegen gehört sie auch dazu. Der Beutelwert ist mies bis fast gar nicht vorhanden, obwohl so ein bisschen schon, weil ich am Ende noch mal ein paar Nahrung einpacke. Aber ansonsten, ich verpasse alle Gelegenheiten, ein großes Loot einzupacken. Mir wird sogar eine Deathbox von einem Kill geklaut, also der Loot daraus geklaut, ohne dass ich es merke. Es ist verrückt und verzwickt heute. Ihr werdet es gleich sehen, was ich meine. Am Ende der Runde sage ich, ich verrate es euch jetzt schon mal, dass ich überleben werde. Am Ende Runde sage ich nämlich, ich habe gewonnen, aber im Prinzip meine ich eigentlich auch damit nur, ich habe überlebt. Ja, solche Runden gibt es auch. Irgendwie bin ich wie im Wahn, sage ich auch im Gameplay, so im Killermodus. Ich versuche wirklich nur noch zu überleben und von allen Seiten werde ich beschossen und es ist einfach nur noch, es ist im Prinzip, was den Beuteanteil angeht, eine miese Runde, aber ansonsten schon eine geile Runde, weil es hat mega Spaß gemacht, sich da durchzukämpfen. Es war ein bisschen stressig, aber es hat richtig gebockt. Viel Spaß dabei. Wenn ihr auch einen Kommentar da lassen wollt, schreibt mal gerne unten was unter das Video. Ich lese das alles und freue mich über das Community-Feedback. Ansonsten, ja, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen, würde ich mich natürlich auch freuen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Jan Jugo und jetzt let's go! Aha. Signal Detektor direkt vor mir. Ja, lass mal gucken. Wäre stark jetzt, wenn direkt jemand noch gespawnt. Das glaube ich nicht. Aber wir müssen echt schnell sein. Und ich wollte eigentlich die Panzerplatte auf den Weg reinknallen. Ja, schaffe ich auch noch. So, jetzt aber schnell. Moin Moin. Ja, wir haben jemanden bei der Kirche, wie schon gedacht. Jemand ist hier vorne. Und jemand ist auf dem Weg zum Safe House. Anders. Wir laufen hier lang. Wir gehen Safe House. Wir haben zwar jemanden im Rücken und jemanden beim Leuchtturm. Da hockt jemand. Verdammt. Ich hätte abdrücken sollen. Ist er drin? Ja, oder? Warum wird der Tresor nicht geöffnet? Jetzt wird der Tresor geöffnet. Es blitzt da hinten. So, jetzt Minute. Jetzt ist er drin. So, jetzt ist er drin. So, jetzt kommt der Tresor. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ist er noch im safehaus nein ist hinter dem safehaus, haut schon ab er hockt hier irgendwo da shit oh das war knapp da okay let's go, pushen wir den er ist hinter dem Dings hinter dem Schiff ich sehe dich, du kleiner Stressor shit das war meine Jagd schön, schönes Ding aber ich habe leider doch das war eine SVD keine SVU bekommen aber schönes Ding eine SVD ist genauso gut wo ist der Nächste ich habe jemanden gehört hier muss irgendwo jemand liegen das ist nicht so weit weg da hinten über dem Berg aber hier muss auch noch jemand sein verdammt ouch ich bin irgendwie ein bisschen wie im Wahn auf der Jagd wo ist derjenige der hier schießt wo ist der der muss hier irgendwo sein wo ist der Typ da da lag er verdammt es wird direkt wieder auf mich gelinst hier ich sehe da hinten ist schon wieder flackern ich brauche Deckung ich brauche Deckung ich brauche Deckung da ich brauche ich brauche Kann man mit dem anderen Gewehr vielleicht noch besser zielen, noch weiter zielen? Bestimmt. Verdammt, ich hänge fest, das darf nicht wahr sein. Ich komme hier nicht hoch, das kann nicht wahr sein. Wie mies ist das überhaupt? Telefon. Hier ist jemand. Jemand ist im Haus. Ist derjenige oben? Kann sein. Blitzt es hier noch irgendwo aus den Büschen? Ja, das tut es. Verdammt, wir müssen rein ins Haus. Okay, wir probieren es mal mit der... Mit der freundlichen Art. Okay. Irgendwo hier im Haus ist jemand. Oben oder unten. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Ich muss meinen Kill looten. Wo war der? Hier. Hier ist jemand. Wie viel Jod habe ich? Bis oben ist er rausgesprungen. Hier ist jemand. Ist noch jemand oben im Haus? Tja, keine Ahnung. Oder war er das? Oh, Nahrung. Die nehmen wir noch mit. Hier ist auch nochmal Nahrung. Schön. Schön. Wir haben gewonnen. Hammer. Vielleicht war er das sogar. Der letzte Kill. Aber ich glaube nicht. Wo war der Typ, der im Haus war? Da muss er gewesen sein. Ich habe mich aber auch nicht getraut, weil die Treppe hoch ist immer gefährlich im Haus. Beutewert. 35. Genial. Das muss man erstmal schaffen. Niemand hat gelootet. Wir haben uns nur gegenseitig gekillt. Wir haben uns nur gegenseitig gekillt. Wie viel Fertig wird. D交換 auf!